Für mich ist es kein Sport, sondern es ist halt einfach direkte Körperverletzung. Was geht ab, meine Wing Life Gang, schön, dass ihr wieder da seid. Nachdem Dana White den MMA-Sport mit der UFC ganz groß und weltweit zum Mainstream gemacht hat, plant er jetzt einen weiteren Kampfsport ebenfalls in so eine Position zu bringen, einen neuen Kampfsport. Und zwar nennt sich das Ganze Slap Fighting, beziehungsweise er nennt es die Organisation Power Slap. Ihr erinnert euch, wir haben da ein paar Mal drauf reagiert, das sind diese Ohrfeigenmeisterschaften, wo man sich gegenübersteht, eine voll die Watsche über die Fresse zieht, bis der andere entweder Knockout geht oder die Zeit umgelaufen ist, wo man aufgegeben hat. Ich persönlich finde das überhaupt nicht gut und ich finde, das ist auch gefährlich, das mit einem richtigen Kampfsport zu vergleichen. Und ich werde euch jetzt auch gleich mal meine Meinung dazu sagen. Bevor wir jetzt aber loslegen und wir eh schon über Kampfsport reden, gibt es jetzt erstmal 5 Sekunden Werbung für den besten Kampfsportshop der Welt. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung, dort gibt es einen saftigen Rabattcode. Hier gibt es jetzt direkt mal einen ganz kurzen Trailer zu Slap, also Power Slap der neuen Liga von Dana White zu sehen. Und ihr werdet halt, ihr seht sofort schon, was das ganz große Problem an dieser Sache ist. Power Slap kommt jetzt Anfang dieses Jahres dann online und die ersten Folgen werden dazu dann sichtbar sein. Ich weiß, viele Leute werden sich jetzt fragen, so, ja Edmund, was ist denn los? Du hast dir diese einen Videos angeschaut, hast drüber gelacht und jetzt kritisierst du Dana White dafür, dass er diese Liga aufzieht. Ich sage euch jetzt gleich meine ehrliche Meinung dazu und warum ich das einfach nicht gut finde. Das Problem hier ist, ich finde es gefährlich, Ohrfeigenmeisterschaften mit richtigen Kampfsport zu vergleichen und das gleichzusetzen und das auf die ganz, ganz große Bühne zu bringen. Ja, ein paar Leute haben das so im Hintergrund gemacht, auf YouTube irgendwelche Organisationen haben sich ein bisschen mehr oder weniger Spaß draus gemacht. Das war alles noch nicht so seriös und nicht so ernst genommen. Das Problem, was ich bei dieser ganzen Sache sehe und warum ich das so ein bisschen kritisieren muss, ist, man kann das nicht mit Kampfsport gleichsetzen, weil im Kampfsport hast du wenigstens noch die Möglichkeit, dich zu verteidigen. Du hast die Möglichkeit, die Deckung hochzuziehen, auszuweichen, irgendwie zu blocken, irgendwas, um dich selber zu schützen. Hier hast du das nicht. Schaut euch das mal an, was denn hier passiert. Schaut mal, die Jungs stehen da, ohne Gegenwehr müssen die hier eine absolute Gehirnerschütterung in Kauf nehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, wir haben das in vergangenen Videos gesehen, dass du da durch Knockout gehst, ist extrem, extrem hoch. Wie lange kann ein Mensch diesen Sport, sag ich mal, ausüben, bevor sein Gehirn zu Pudding wird und es ihm aus der Nase gefühlt rausläuft? Das ist das ganz Gefährliche, was ich daran sehe und das Gefährliche, was noch gefährlicher für mich halt in meinen Augen ist, viele Leute werden sich das natürlich wieder anschauen. Viele Jugendliche werden sich das wieder anschauen und die werden vielleicht auf die Idee kommen, auch da mitzumachen und ihre Gesundheit zu gefährden. Ich weiß, beim normalen Kampfsport gefährdet man auch seine Gesundheit, aber wie gesagt, beim normalen Kampfsport hast du wenigstens die Möglichkeit, dich noch zu verteidigen und du musst nicht einfach da stehen und so eine Schelle von so einem halben LKW-Traktorfahrer wegstecken, der damit 150 Kilogramm Masse rankommt und dir voll eine über die Fresse zieht. Weißt du, vor etwas mehr als einem Jahr gab es bei einem polnischen Fighter, sag ich mal, bei einer anderen Organisation, die ebenfalls solche Ohrfeigenmeisterschaften macht, einen sehr, sehr hässlichen Vorfall. Und zwar ist er nach seinem Kampf, man kann das ja nicht mal wirklich Kampf nennen eigentlich, nachdem er bei so einer Ohrfeigenmeisterschaft mitgemacht hat, ist er verstorben. Der hat Gehirnblutungen bekommen, ist nicht rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert worden und auch wenn er vielleicht rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen wäre, weiß man nicht, ob das irgendwas geändert hätte und er ist daran gestorben. Und ich höre immer mehr von solchen Fällen aus anderen Organisationen, wo jemand im Koma gelandet ist oder dann ernsthafte Folgen davon hat. Und der Sport ist noch nicht so alt, wisst ihr, da hat man, ich habe schon mehr davon gehört als im vergangenen Jahr zum Beispiel über das MMA oder über das Boxen, was da tragischerweise passiert ist. Das war Arthur Walczak heißt der, der hat bei Punchdown bei so einer polnischen Organisation mitgemacht und das ist der Mann jetzt hier in dem weißen Shirt und schaut mal, was mit ihm passiert. Schaut euch alleine mal den anderen Typ man, das ist ein halber Gorilla, der ihm da gegenüber steht. Was, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Wucht ist, die hier einschlägt. Du musst dich hinstellen und du weißt ganz genau, das steht jetzt hier gegenüber, das sind Schwergewichte, einer mit 120, mit 130 Kilogramm und verpasst dir mit voller Wucht. Du bewegst dich nicht, er zieht komplett aus und versucht dir mit voller Wucht, mit einer richtigen Backpfeife die Lichter auszuknüpfen. Die generieren eine Kraft, die können dir den Schädel zerstören, da kann dir der Schädel zertrümmert werden. Da ist ja nicht mal ein Handschuh oder sowas dabei. Das ist ja auch nicht vergleichbar mit Bärnackelboxen. Bärnackelboxen, da musst du wenigstens noch aufpassen, wie hart du den anderen Typen schlägst, weil du dir deine eigenen Hände kaputt machen könntest. So mit dem Handballen zuzuschlagen, das ist eine vergleichsweise sehr, sehr sichere Methode zuzulangen, ohne dich selbst großartig zu verletzen und du kannst voll durchziehen und den anderen wegnocken. Er hat den ersten Treffer kassiert, man sieht es schon hier, der ist eigentlich schon stehend Knockout, eigentlich schon komplett weg, schlägt selber zu und alleine an der Art und Weise, wie er zugeschlagen hat, hat man gesehen, er ist nicht mehr da im Kopf. Und dann kassiert er die zweite Hand und schaut mal, wie er wegfällt. Der war eiskalt Knockout, muss von den anderen Leuten aufgefangen werden. Anstatt von den Leuten, die vor Ort da waren, die Ärzte und alles, von denen behandelt zu werden, wurde dann ein Krankenwagen angerufen. Der ist dann eine Stunde später eingetroffen und dann wurde er ins Krankenhaus eingefahren und ist dann halt auch an den Verletzungen von diesen Ohrfeigen, die er da erlitten hat, bei diesem Wettkampf gestorben. Dana White hat gesagt, er freut sich extrem darauf, das rauszubringen und dass er schon tatsächlich seit 2017 daran gearbeitet hat. Seitdem er das zum ersten Mal online gesehen hat, war er sofort irgendwie süchtig danach und das hat er extrem gefeiert und er hat gesagt, er wusste, er möchte das übernehmen und das auch zu einem richtig großen Sport machen, wie er es mit MMA gemacht hat. Ich verstehe halt nur nicht, wie er daraus einen richtigen Sport machen will, weil ich sehe da nicht den Vergleich zu einem richtigen Sport. Wie will Dana White dieses Ding sicher machen? Natürlich hat er da jetzt zum Beispiel die Nevada State Athletic Commission dabei. Die haben Regeln, die haben Gewichtsklassen, die haben Rankings und so. Das ändert trotzdem nichts an der Natur von der ganzen Sache. Für mich ist es kein Sport, sondern es ist halt einfach direkte Körperverletzung. Wir haben ab und zu drüber gelacht, es war ein bisschen lustig. Das ist ein bisschen so Doppelmoral von mir, dass ich da einerseits drüber lache, andererseits das jetzt hier ein bisschen kritisiere, aber das ist halt meine ehrliche Meinung. Ich finde, das sollte vielleicht so ein bisschen so ein Underground-Ding bleiben, was ab und zu ein paar Verrückte machen, wenn die da wirklich Bock drauf haben. Aber ich finde halt einfach, man sollte das nicht wirklich mit dem MMA-Sport gleichsetzen, weil das halt einfach ein bisschen zu gefährlich ist und das vielleicht den Blick auf Kampfsport wieder ein bisschen ins falsche Licht einfach wirft. Ja, denn die Leute werden wieder denken, ja, Kampfsport ist wieder nur irgendwas Brutales, wo Leute regelmäßig sterben und ich sage euch ehrlich, ich sehe jetzt schon, wie es regelmäßig irgendwelche Vorfälle geben wird, wo jemand dann halt im Koma landet oder vielleicht früher oder später dran verreckt. Ich werde trotzdem wahrscheinlich da ein bisschen reinschauen und einfach nur, um zu berichten, was da passiert ist und ein, zwei Reactions vielleicht darauf machen und dann auch ehrlich meine Meinung zu diesem ganzen Ding sagen, wenn die Kämpfe dann auch online kommen, die Kämpfe. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, würde mich echt interessieren zu lesen, was ihr zu der ganzen Sache zu sagen habt. An dieser Stelle sind wir schon fertig, wenn euch das Video gefallen hat, checkt dieses Video, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde bis dahin, bleibt euch gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.